So, das ist, das ist, das ist. Das muss ich dir gleich nur noch connecten. Ich hab einen, äh, Ordnungsfetisch. Auf einmal? Nein, immer noch. Also nein, äh, kein Seuchen, sondern ein, äh... Ja? Ich bin grad dabei, unsere Mine schön zu machen. Schöner Wohnen, äh, schöner Minen. Ah, okay. Weil ich's kann. Mh, die Pistons. Ey, ich hab gesagt, die... Pistons wollte ich jetzt nicht. Boah, ha, ha, ha. Huah. So, Redstone-Torches. So, zieh mich. Um das Signal umzukehren. Ah, lala. Was sowieso kein Arsch versteht, der nicht mit Redstone arbeitet. Hm. Who cares? Hey, ich wollte doch die, äh, Dings austauschen. Hm, 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 hm. Hm, Sonic, I love this music. Okay, du hast mehr Content im Nacken. Sonic ist Content? Hängt davon ab, wenn es einfach nur so ein doofer Stage-Theme ist, geht das so, aber es gibt einige, die sind echt evil. Es sind nur die von den Spielen. Ja, ist schon klar, aber manche von den Spielen wie... Oh Gott. Es sind die ganz alten, so Sonic the Hedgehog 1. Oh, okay, dann no problem, no problem. Also die schönen 8-Bit-Musik davon. Ja, dann ist ja alles tutti. Oh, wie habe ich das Spiel damals gesuchtet? Erinnerungen, oh. Ich kann es nachvollziehen, oh, Sonic. Ich hatte so eine Sonic Master Collection für den Gamecube. Ich hatte die für die PS2 gehabt. Ja, auch mit Sonic 3D? Mit dem ersten Sonic 3D? Oh, das war toll, oder? Ich habe es nicht gemocht, wenn ich ehrlich bin. Nein. Oh, ich fand das so süß. Süß schon, aber nein. Irgendwie ist mein Bedürfnis jetzt, in eine andere Richtung zu minen. Dann tu du das. Ich mache vorhin noch eine Speissteil... Steilspitzdrücke. Ja. Ich weiß, was ich will sagen. Da kommt der Pilz hin. Pilz hier. Das ist das. Das heißt, ich kann die Rotsdäune hier langlaufen lassen. So. Now I feel much better. I can do that better. See, share. Yes. Okay. I can do that better. I can do that better. Das ist das. Das ist hier. So, und ab nach unten. Ja gut, egal. Passt schon. Da. Dann muss ich hier wieder runter. Tja, und irgendwo hier gleich auf eine Fackel stoßen. Oh, yeah. Oh, ich will echt nachher deine Farm in Aktion sehen. Ich bin da so geil drauf. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, fünftigen, vierzehn, fünf, neun, nein. Wie viel fehlt? Äh, einer. Damit die Pisten bedient wird. Oh. Du wurdest bedient, Schlampe. Es sei denn, ich setze den Hebel ein weiter rein, dann könnte ich... Aber das sieht nicht aus, ne? Los, tu es. Du hast keinen Bock, Redstone zu verschwenden, um dir einen Repeater zu machen. Nein, ich brauche ja sowieso noch Repeater. Ich weiß nicht immer mehr, wie man die baut. Ich brauche vier, fünf, sechs Repeater. Oh, das ist die, äh, Retro Zone von Meat Boy. Hm, cool. Ich habe gerade Cylenic Soul vom Soul Leader OS Team. Oha. Nein, das ist in Ordnung. Das ist in Ordnung. Das ist keins von den, äh, Charakter Themes. Die Charakter Themes haben harten Content, die anderen weichen. Wenn überhaupt. Außerdem übertöne ich das gerade sowieso wahrscheinlich. Also. Na, wenn du meinst. Lass mich, ich bin paranoid, aber es ist mir heute egal. Und mir ist gar nicht aufgefallen, dass mein Minecraft wieder steady auf 30 FPS läuft. Yay. Äh. I so stolz. Moment. Und ich meine, für Redstone bräuchte man Cleanstone. Für Redstone bräuchte man Cleanstone. Äh. Nein, für die Repeater. Ja? So. Ganz ehrlich, ich habe noch nie Repeater gebaut. Hm, 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 hm. Haben wir Cleanstone? Ja, wir haben Cleanies. Ich habe meinen Gronke geklaut. Schlauze. Was? Ich habe die Dinger schon so genannt, bevor ich Gronke geguckt habe. Ich habe auch schon Minecraft gespielt, bevor es cool war. Und ich war instant richtig mit meiner Überlegung, dass man für die Cleanies braucht. Ich habe sogar noch eine alte Alpha-Version. Mit einem Mod, wo Äpfel gedroppt sind. Jetzt droppen die Äpfel so, Biatch. Ja, aber ich musste mal überlegen. So, so lange gibt es schon in Minecraft die Äpfel. Und sie sind nie gedroppt, weil da ein Bug drin war. Hm. Und jetzt inzwischen droppen sie und keiner will sie mehr. Das war ein Bug? Nein, Notch war einfach zu faul, das einzuschalten. Okay. Hi then. LoL, in meinem Textobjekt wird sogar angezeigt, wie lang was dauert zum Brennen. Eine Kohle reicht für 8 Einheiten. Die Stickies reichen für 0,5. Die Planks und die Stämme 1,5. Und ein Lavereimer, genau. Lavereimer reicht für 100 Sachen zum Einschmelzen. Hm. Ja, braucht man Kohle eigentlich zum Enchanten? Ähm, no. Zum Enchanten braucht man ein Diamant. Drei Obsidian. Und dann stirbst du. Ähm. Ich hätte es mir echt vorher durchlesen sollen, weil ich, ich, hallo, ich bin Level 57 durch diesen Scheiß Bug in der Hölle. Und dann stirbst du. Hell no. Okay, dann nicht. Äh. Oh, ich hab grad einen ziemlich geilen alten Mario Remix am Laufen. Nein, keinem. Mein Remix ist sogar original. Ach, es regnet gerade, wie ich höre. Oh, wunderschön, bei mir nicht. Jetzt hab ich was von Tweewee am Laufen. Äh. Kabel, Kabel. Ob ich noch irgendwann auf ne Höhle stoße in diese Richtung? Nein. Ja, die Befürchtung hab ich leider auch. Naja, man kann nicht alles haben. Scheatern. Müsste ja eigentlich, äh, Funk- Sonnuckeln. Äh. Äh, Leute, wenn irgendwer von euch richtig Plan mit Minecraft und Minecraft-Servern hat, kann ich dem server mehr speicher zuweisen irgendwie damit keine ahnung das nicht mehr so hart leckt wenn wir in die hölle gehen und wenn jetzt wieder dieser irgendwer mit dem argument kommt lasst dein server auf einem anderen pc laufen oder in dem anderen raum ja toll ich habe keinen laptop mehr und nein ich brauche hier auf jeden fall den repeater ich glaube ich meine gold spitzhacke halb tür wunderbar jetzt kann ich da gerade nicht ran das sollte reichen wow da ist gerade eine treppe despawn nice nein ach lass mich raten dass er ist ja das ist mir so äh, lass mir schreiten, wenn ich das jetzt weg mache, genau eine Funate äh, dahin, scheiße, wo war jetzt nochmal irgendwo, äh fuck, ich brauche Kohle irgendwo habe ich mir noch bestimmt Kohle liegen lassen komm schon, ich kenne mich, ich habe hier garantiert irgendwo Kohle liegen lassen ach, fuck, na, geht heute nicht, ich habe gerade Kohle zugebaut irgendwo, weil ich dachte, ich brauche die eh nicht kann ich mir schon mal eine Clinice nehmen na 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 na, wie schön, dass es hier so monsterfreier da, Kohle ist doch voll langweilig, wenn es keine Monster gibt es gibt Monster ja, aber, äh sie sind gerade nicht hier Einen Moment, ich muss ihn mal kurz muten. Jo. Bam, bam. Dann können wir ja so lange über Ognirag herziehen, Leute. Kennt ihr irgendwelche dreckigen Witze über hier? Sorry, mir fällt gerade keiner ein. Also wisst ihr, der Ognirag, ne? Mhm. Also, so richtig, ne? Total. Wollte ich nur mal gesagt haben. Oh, er wird mich dafür so hassen. So, Paranoia befriedigen. Einmal gucken, ob ich noch Outer City aufnehme. Äh, lol. Irgendwer hat die Like Hedgehog konnte ich hier angerufen. Gerade kein Bock drauf. Ah, los, komm schon. Ich will mir ne Goldspitzhacke machen. Und bevor jetzt irgendwer rumheult, äh, Goldspitzhacken sind erwiesenermaßen schneller als Eisenspitzhacken. Sie halten, sie halten noch nicht so lange. Das ist wohl wahr. Das weiß ich auch. Und ohne Schade, ich wurde für so einen Scheiß gerade gerufen. Gott. Echt? Ja, äh, unsere Nachbarin, äh, hatte gestern Geburtstag und ich hab noch ne Kindergitarre unten im Keller. Und da ist mein, äh, Opa hat grad auf die Idee gekommen, ja, könntest du ihr schenken? Und für sowas Unwichtiges musste ich jetzt gerade kurz weg. Cool. Help her, der! Cool. Ich steh auf Kindergitarre. Sachen, die, äh, kein Mensch, äh, wissen will. Mmh. Äh. Mehr Stairs. Kann ich nicht. Okay, even more, more Stairs. Äh. Lalalala. Oh, ist das herrlich. Und jetzt ist die Musik eventuell einen kleinen Ticken zu laut, aber... Who cares? For a moment, I don't even care. Wow, wow. Ah, jetzt habe ich jetzt schon wieder Volbeat in meinen Ohren, ey. Hm, hm. Ja, ich höre immer in der Letztzeit zu viel Volbeat. Mmh. Ja, ja, Stampus hat Musikgeschmack. Bla, bla, bla. Wow, scheiße! Die Goldspitzhacke ist gleich kaputt. Scheiße! Okay, das Ding geht echt schnell. Und deswegen geht das Ding noch schneller kaputt. Puh! Okay, muss das Ganze doch anders angehen. Okay, die Goldspitzhacke ist kaputt. Oh, das ging scheißen schnell. Ich hätte mir noch eine Steinspitzhacke machen sollen. Gut, jetzt ist da oben die Quelle schon mal weg. Ich muss das anders bauen. Ah, lala. Okay, ich weiß, wie ich das baue. Du kriegst das hin. Ich habe vollstes Vertrauen in dich. Und jetzt denkt er sich so, das wird er niemals schaffen. Woher weißt du das? Weil ich dich kenne. Verdammt! Ha, ha, ha. Du kennst mich zu gut. Ich glaube, ich muss etwas dagegen unternehmen. Was willst du denn dagegen unternehmen? Vielleicht bin ich auch einfach... Vielleicht bin ich ja einfach mal jemand anderes. Nein! Doch, einfach so. Okay. Nein! Hey, komm, ich habe genug multiple Persönlichkeiten, die ich dir auspacken kann, also... Ich weiß. Unter anderem auch die Persönlichkeiten mit Alice. Hallo, Steinchen. Heute sieht es aber gar nicht gut aus. Wie wäre es, wenn wir dir eine kleine Massagetherapie geben? Meintest du den? Ja. Ich liebe den. Ja, hör auf mich zu lieben, das ist pervers. Okay, meine Abonnenten lieben mich ja auch teilweise, also... Oh, und ich merke gerade, ich kriege einen steifen Nacken. Ich soll das Fenster zumachen. Du kriegst einen steifen, ne? Ja, ich kriege einen steifen Nacken. Ich sollte das Fenster zumachen. Irgendwie habe ich so das Gefühl, ich bin gleich am Badrock. Und irgendwie erweist sich jetzt gerade die Pilzfarm bauen doch als komplizierter, als ich es irgendwie gemacht habe. Yeah, ja, wahrscheinlich weil du sie kleiner bauen musst als bei dir, oder? Nee, eigentlich nicht. Ne? Sagen wir es mal so, ich probiere eine andere Technik. Ah, die Technik, die Technik, die Technik. Wollte ich nur so gesagt haben. Und jetzt so richtig schön, Twayo, S, Team. Ach, herrlich. Ich warte eigentlich noch auf meine Toho Jazz Mixes, da kam bis jetzt noch keiner. Ich muss noch was ausprobieren. Oh, 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 hier ist Dreck. Dreck ist ein gutes Zeichen.